Hallo und Willkommen zum Let's Play Call of Duty Black Ops Wii U Ich bin gerade ein wenig zu grübeln ab dem Spiel Irgendwie zwingt es immer so auf Schienen Genau dort stehst du dich gerade Du musst immer genau die Position einnehmen Das Spiel vorgesehen Die Kaltierung ist auch nicht sehr gut Die ganzen strategischen Paar, die Bugg-Extreme Die Kaltierung gibt es noch gar nicht Vielleicht wird es noch besser Am Anfang wird es noch cool werden Oh Jetzt läuft es jetzt doch gerade an Ich sehe ich Verrät, ich muss den Feind identifizieren. Verknüpfe die Söldner in den Personaldateien mit ihrer biometrischen ID. Lade die Daten auf mein Hut. Verstanden. Was bringt das? Okay, das ist gut. Die Karma-Waffe könnte mit regulären Vorräten an Bord geschmuggelt worden sein. Durchsuche die Lieferscheine, Stichwort Karma. Nichts. Ist sie da so auf einer schwimmenden Insel noch? Durchsuche die automatischen Sicherheitssysteme, Stichwort Karma. Irgendwas entgeht uns. Terroristen da. Durchsuche die Überwachungskamera-Bilder. Texterkennung Karma. Da. Karma ist keine Waffe. Es ist eine Frau. Chloe Lynch. Mitarbeiterin von Tacitus. Bis vor kurzem. Jetzt kennen wir ihren Namen. Wir können sie auf dem Schiff orten. Oberdeck. Club Solar. Du meinst jetzt ist der Böse nicht. Setschen, hörst du zu? Da sind noch mehr Spiele vor der Tür. Ah, ich kann nicht. Der Feind ist vor der Tür. Wir kommen nicht raus. Hätte das schon mehrmals können wegsneiken? Öffne die Tür zum Computerraum. Aber Karma ist keine Waffe. Es ist ein Mädchen. Sie decken dir ihr Bild. Der Papus. Hey, 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 hey. Das ist die kleine Verfasskuhl. Sie ist im Club Solar, aber du musst es schnell machen. Die Söldner sind auf dem Weg zu ihr. Bin dran. Ich weiß noch. Ich weiß noch. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht lapsch偷 ballot. Ich bin nicht so weit. Ich bin nicht so weit. Ich bin nicht so weit. Du musst immer im richtigen Atem. Sonst gibt es den Spiel. Zwingt die Säune auf die Schiene. Ich bin nicht so weit. Ich habe das krippte Events und die gar nicht schlecht. Ich habe schon zu. Die Schäden. Ich habe keine Schaden. 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 Alle sind 92 proof. Ich habe die Schaden. Ich habe die Schaden. Ich werde allesonsbl acquirene. Ich glaube meine Schaden. Ich habe sie zur agrad sich. Schalltanzer Michael Harper Schalltanzer Schalltanzer Schallt Schalltanzer Ja, das ist alles. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.